Krass, jetzt geht's los! Hi, ich bin Toni und arbeite im Rettungsdienst bei den Maltesern. Wir befinden uns hier am Set unserer neuen YouTube-Serie Rettung in Sicht. Hier beantworten wir alle eure Fragen rund ums Thema Rettungsdienst und eben allem, was dazu gehört. Viele junge Leute fragen uns, warum ist das Blaulicht eigentlich blau und wann kommt die Sirene zum Einsatz? Hallo und ich bin Georg, Notarzt bei den Maltesern. Zusammengefasst können wir sagen, der Einsatz beginnt mit eurem Notruf. Blaulichteinsatz RTW, bist du auch schon mal selbst gefahren? Ein handelsüblicher Erste-Hilfe-Kasten. Das finde ich das Skurrilste an Bord. Mein Arbeitsbereich, meine Verantwortung. Willkommen bei Rettung in Sicht. Alle Infos haben wir hier in der Infobox. Checkt die doch mal aus. Blaulicht-Action-Leben retten? Wir sehen uns gleich bei unserer neuen YouTube-Serie. Es hat sich gelohnt. Na, neugierig geworden? Dann abonniert unseren Kanal und verpasst keine Folge mehr. Ich freue mich auf euch. Passt auf euch auf. Euer Georg. Bleibt gesund. Eure Toni. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020